ja hallo wie ich heute entdeckt habe gibt es wohl einen neuen rucksack wann der kommt weiß ich nicht ich habe das nur gesehen in der recolibration station wenn ihr euch die aufmacht auf expertise klickt und dann proficient backpacks auswählt dann könnt ihr sehen dass hier ist ein gruppo sombra festiv delivery rucksack was der kann was für talente der hat noch keine ahnung wo es die gibt auch noch keine ahnung ich bin mal gespannt wann der kommt aber vermutung wird so um die weihnachtszeit sein also leute viel spaß noch bis dann